Wir können ja nicht hochspringen, aber es ist langweilig Zumal manche Höhen nicht wirklich gut zu erreichen sind Das war toll, hat etwas eng gesammelt, was du übersehen hast, ich war einfach nur nicht da, ich habe es nicht übersehen Böde, das Spiel, das mir sagt, dass ich scheiße bin So, ich habe erstmal alles bei Flug gelernt, was zu lernen ging Jetzt kann ich schneller oder besser fliegen Und höher springen Da sollte ich vielleicht auch mal reingehen Naja, Effizienz verbraucht weniger Ausdauer, ja Kraft macht höhere Sprünge, ja, wunderbar Entschuldigung, ich habe den rechten Maustaste gedrückt, wird jetzt ok Oh, die nächsten paar kosten alle 10, soviel habe ich nicht Sprint Schild kostet auch 10, Sprint, alter Ja Wunderbar Ich habe auch viel Zeug rum Ich habe auch viel Zeug rum Gott, das fühlt sich gut Achievement Unlocked Cluster Lock, äh Cluster Lock, was ist denn das? Keine Ahnung Wenn man zu viel von den Dingern einsammelt oder sowas Das ist ein schlechtes Timing Das ist ein schlechtes Timing Mal sehen, was diese Dinge können Ich werde jetzt sagen Was ist das zu tun, dass ich hier Und dann geht's Das ist ein schlechtes Timing Und dann geht's Wunderbar Und dann geht's Ich kann das hier Ich kann das hier Was muss ich denn die In DAS Ich kann das hier Ich kann das hier Beifall Ich kann das hier So mehr Flügelschrack, Stabilität, Schweben Wunderbar Sprint Schild Ich glaube da kommen noch ein paar einsammeln Das sollte sinnvoll sein Wow, der Flügelschlag ist richtig stark Achievements hole in one, okay Okay Wir sind ja echt überall Das sollte sinnvoll sein Wow Okay, jetzt war die Staminale Die Ausdauer Ich habe bestimmt in einem Flug irgendwie 20 Stück eingesammelt Habe ich flug noch irgendwelche? Nee Sprint Effizienz Ja Tempo Schild unaufhaltsam Stürme durch Fahrzeug oder andere Objekte, während du sprintest oder fliegst Ja Das habe ich gesucht Blast aufladen Elemente, da ist nur Stein, ich habe alles geskillt was ich kann würde ich sagen Ich auch So, Upgrades Und ich weiß wieso du ein Level vor mir, also ein Level über mir warst Ich habe Kohle gegen den DDP gebraucht Ja Hatte ich nicht gemacht Aber jetzt hatte ich es gemacht Ja Ich habe jetzt den zweiten schon So Waffen Munition MP Ja Das ist das einzige was ich machen kann Ach nicht genug Kohle Gut Fähigkeiten Ausdauererhöhung auch nicht genug Kohle Also irgendwas machen was Kohle bringt Was ist denn das? Für ein Event Klingt lustig aus Erlösung starten Was ist Erlösung? Klingt lustig Klingt nach Heidenspaß Heidenspaß Verdammt schlechter Wurtwitz Das ist wo du in kommst Katsch die fachenden Säulen bevor sie auf den Boden schlagen Und dann benutzen ein Arcane Blast, um die Säulen aufzuhören Natürlich Als du das machst, musst du sie trotzdem noch zu fachstellen bevor sie zu ihr Tod Die Speed ist wichtig Hier Du bekommst einen Bonus für alle Säulen, die du schaden kannst bevor sie zu schaden Jetzt gehen wir ein paar Klienten Ich meine Säulen 4, 4 Säulen, die Hilfe brauchen Aha Aha Gut, dass wir gerade fluggelevelt haben Gut, dass wir optimal vorbereitet sind Oh Gott Werf Wenn sie an diesen Säulen können können Garten Gitarre Schmerzen Schmerzen Ich hab noch nicht einen. Doch jetzt. Ja! Ich hoffe, dass dieser Mann ein Gewalt bekommen. Dine Dappen. Seine Säge. Dammit! Ich muss die Kompfer ein bisschen aufbauen. Wenn ich den Momentum stehe, muss ich in der Luft bleiben. Ich brauche den Rest der Wände. Ich will sehen, was diese Dinge tun können. Ich habe noch einen kurz vorm Auftreffen gerettet, indem ich einfach auf ihn zugesprintet bin. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Bronze. Ja. Aber von Silo war nicht weit weg, glaube ich. Naja. Keine Ahnung. Fürs erste Mal ganz okay. Jo. Ja. Viertausend Punkte waren wir weg. Ja. Ja, wahrscheinlich brauchen wir mehr Geschwindigkeit und sowas, um das noch besser zu machen. Ja. Man muss wohl länger in der Luft bleiben. Dann kann man die Kombos besser nutzen. Ich bin anderthalb gegen irgendwas gegengeflogen und dadurch immer gleich wieder abgeschmiert. Ja. Ja. Das Problem hatte ich auch. Doof. Ja. Wollen wir denn mal zu Blackbeard oder? Ja. Klingt nach einem Plan. Das ist schlechtes Zeitpunkt. Das ist schlechtes Zeitpunkt. Ich rühre das Rad. Okay. Abandone Schiff. Wir haben geflogen. Wir haben geflogen. Oh Gott. Im's überall. Oh, okay. Ich habe ein bisschen Schmuck in diesem Schmuck da drin. Die Wehmpfung, die du in mir findest, helft! Der ist lustig. Im Klopfen. Wie ist dieses Check in the Box? Nein, wie heißt das Ding? Wo man so auf... Dingens... Dingens... So, so, so... So Kätzchen oder was auch wo man Köpfe in so einer Box klopft. So, wie bei die Weckermoll. Genau! Das macht Spaß. Ups. Festgenagelt, 20 von 100, okay. Es gibt doch Hammer-Achiefments, super. Es gibt wahrscheinlich für alles Achiefments. Ja. 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 ok der kann auch aufgerüstet werden oh das Beschwörungs-Tutorial das ist Du hast doch nicht angefangen, mit einem Impfen zu schützen! Da geht's, Mann! Jetzt schütze die anderen! Die kleine Angle-Bitern sind sehr gefährlich! Jetzt prächtigen wir deine Aile! Schütze die Demons auf der Isle! Die Dinge sind so wertvolle als jemand in die Arbeit, nicht wahr? Jetzt gehen wir! Es ist ein ganzes Weltkrieg erwartet, um sich zu verletzen. schon bei zwei. Ach hast du direkt ein Upgrade gemacht oder was? Ja. Stimmt wir haben ja noch Punkte übrig. Reicht aber nicht um das Aufladen Upgrade zu holen. Vielleicht ich habe Aufladen und mehr Ems genommen. Aber zwischen Level 3. Nö. Ach so hast du eventuell Löhne gegen Schwärme getauscht? Tausche Löhne gegen 35 Seelenschwärme unter Boni? Möglich. Wie viel hast du noch übrig? Ich habe jetzt 46.